Nein! 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 Warum meine Menaten fliegen? Ein Zerrapper erobert! Wer oder was ist ein gefreiter Burz? Der Stelle hinzurechten sich schon das neueste Gerücht, dass sie Kilometer bis zur Strecke Nein! Nein! Beliebener Steine nur verschwinden können! Allein auf mich das Geld! Doch stell dich durch die Finger wie Gespenster! Dass die Raken fehlblut sind! Wer? Nein! Auf der Stelle hinzurecht! Wer oder was ist ein gefreiter Burz? Ist er Versager des Versteine! Wer? Nein! Blut sind! Schlachten meine Menaten fliegen! Merke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Versteine! Wer? Wer? Erart! Blut sind! Wesen! Selbstverständlich würde ich ihn sehen! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung doch! Was ist das? Ist das schon so nah? Wer? Masten! Der Russe steht zwölf Kilometer vorm Stadtkerl! Der! Nachfrage! Masten! Der! Der! Dieser Versager dieser Schmarratzen! Harn! Und wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Farnflucht! Der Mann meine Menaten fliegen! Erstehen! Rinden können! Errat! 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 Verlier von der Akademie! Erstehen! Errat! 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 Aufhängen! Wo kommt der Bischuss? Er! Suchen Sie den Meistern! Vollbild! Errat! Darangetan! Ein Zerfahrt! Errat! Nein, nein! Er muss zur Verfügung stehen! Bärenjude zur Bahn!